ARD Text im Auftrag von Funk Wenn es ein Turnierspiel ist, also ein ernstes Turnierspiel im Finale oder ein normales Spiel TKKG oder die 3-Stage-Zeichen? TKKG Zwei-Listen-Turniere oder drei-Listen-Turniere? Drei-Listen-Turniere Was ist die beste Wurst? Prima-Cripple natürlich So was gibt es da, ist ja fantastisch Wer aus deinem Team überlebt am ehesten eine Zombie-Apuffer-Luxo? Ich Wohlragend, hast du nur Fragen? Nein! Perfekt Das war's schon